Musik Diese Wiener sind ein gefährliches Volk. Auch die hübschen Mädchen? Die sind besonders gefährlich, Majestät. Der Zar ist ein großer Casanova. Es ist unausbleiblich, dass er sich verliebt. Und wenn er sich schon verliebt, dann lieb ihn eine, wie sie euren Liebten beliebt. Sitzt man verträumt in Wien beim Wein und nicht allein, dann sieht man sein. Das muss ein Stück vom Himmel sein. Wie nun der Wein, wie nun der Wein. Ah, weiter komm schon wieder nach Warte. Wie du auslösen, wie auslösen. Das könnte mir so passen. Aber wissen Sie denn nicht, dass der Zar einen nach Sibirien schickt. Auch wenn man gar nichts getan hat, nur wenn man verdächtig ist. Ich protestiere. Das ist, das ist Freiheitsberauung. Oh nein, das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Nein. Also das ist ausgeschlossen. Ein Österreicher soll jemanden herausholen, den die Russen verhaftet haben. Ich werde mich hüten. Nein, nein, man kann nicht vorsichtig genug sein. Wenn uns vielleicht gar jemand nachspioniert, dann... Ah! Christel, jetzt fängt eine Zeit voller Glück an. Der Kongress amüsiert sich. Wie durchlaucht vorausgesehen haben. Das ist mir aber nicht genug. Der Kongress muss tanzen. Das muss ein Stück vom Himmel sein. Den und der Wein, den und der Wein. Das war auf Erden nicht erwacht. Denn das ist so in mich gewacht. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Das ist zu schön, so schade zu sein. Was kann das Leben nur einmal geben, denn jeder fühlt die Freude. Wenn Sie glauben, dass das das Happy End ist, da irren Sie sich. Aber wenn Sie neugierig sind und mehr wissen wollen, dann sehen Sie sich unseren Gloria-Film an. Der Kongress tanzt. Demnächst in diesem Theater. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.